Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben. Heute will ich euch mal zeigen, wie es bei mir so, wie der Weg so ist sozusagen vom Stream bis zum YouTube-Video. Dazu gehe ich bei mir auf meinen Twitch-Videomanager und habe mir mal einen Stream rausgenommen, den wir uns jetzt mal anschauen, weil das Problem ist, hier kann man theoretisch den ganzen Stream am Stück herunterladen. Es klappt leider nicht mehr. Ich weiß nicht warum oder ob ihr da eine Lösung habt. Ich weiß, es gibt Trittprogramme, die ich aber nicht benutzen möchte, um Streams herunterzuladen, auch andere Streams von anderen Streamern. Ich kann mich erinnern, das war früher oder ich weiß nicht mehr, seit wann das nicht mehr ging, konntest du herunterladen. Das hat eine Weile gedauert, er hat die Datei vorbereitet, konnte schon mal bis zu einer Stunde dauern und dann konntest du das herunterladen. Wenn du jetzt darauf klickst und es herunterladen möchtest, dauert es auch eine Weile und dann spielt das dir aber im Browser ab. Das ist praktisch keine Datei, die du mir herunterladen kannst, sondern du kannst es dir wieder angucken, was völliger Humbug ist, weil ich brauche die Datei, um es zu schneiden. So, meine Lösung, in Anführungsstrichen, besteht jetzt darin, ja, das Video nochmal zu capturen, sozusagen. So, aber wie gehe ich nun vor? Ich starte den Stream und dann kurzfristig mache ich mich mal leise. Wenn ich allein spiele, ist es okay. Meistens labre ich eh nur Dünnschiss. Dann gucke ich halt, wo fängt der Raid an. So ungefähr bei Minute 8 rum. Dann gucke ich, wo ist er zu Ende. Kann man sich hier auch nicht hundertprozentig auf die kleinen Sump-Nails da unten verlassen. Aber so in etwa passt das schon. Okay, das ist genau das, was ich gesucht habe. Das Video bin ich gerade am schneiden, sozusagen. Ich habe das Ganze schon mal gemacht. Ich mache es bloß nochmal für euch, um es euch zu zeigen. Hier weiß ich, habe ich zwei Spieler erschossen, habe meine Quest-Items abgeholt aus dem Cottage und aus dem Pier. Und wollte dann natürlich raus. Es gab eine kleine Schießerei unten am Pier und ich habe es dann zeitlich nicht mehr geschafft. Wegen, glaube ich, fünf Sekunden oder so. Lassen wir es mal zehn sein. Aber hier sehe ich, okay, hier habe ich ein paar Skeps erschossen, zwei Spiele erschossen. Okay, das kann man jetzt capturen. Das habe ich gemacht. Also, das heißt, ich spiele den Raid in seiner kompletten Länge ab. Also, ich gehe nochmal zurück und lasse es durchlaufen bis zu dem Punkt jetzt hier. Capture das mit der Grafikkarte. Also, ich habe ja von Nvidia dieses Capture-Programm. Die ist richtig dumm und es geht auch vermutlich. Die Qualität ist sowieso nicht die beste und wenn ich es dann jetzt nochmal, dann wird es noch schlechter. Also, es ist ein Albtraum. So, aber ihr wisst erstmal, wie ich zu meinen Videos komme sozusagen, die ich dann jetzt noch schneiden muss. Also, wir sehen uns gleich, wenn wir im Premiere Pro sind und das Video schneiden. Bis gleich. So, hier sind wir dann im Schnittprogramm. Eine kleine Anmerkung noch zum Stream. Hatte ich vergessen noch zu erwähnen. Wie gesagt, wenn ich alleine bin, ist das alles okay. Gucke ich mir die Raids von Anfang bis Ende kurz durch. Wo startet es, wo endet es, ist was passiert, kann man es gebrauchen und so weiter. Aber die Sache sieht ein bisschen anders aus. Wenn ich mit mehreren Leuten zusammenspiele, dann haben wir auch halt lustigere Situationen manchmal, die ich auch halt für meine Patchworks from Hell benutze. Dann dauert das halt ein bisschen länger. Achso, ja, und der Stream ging auch, glaube ich, knapp sieben Stunden. Also, das dauert schon eine Weile, ehe man da alles durch hat. Und wenn man dann, wie gesagt, noch mit mehreren Leuten zusammenspielt, dann dauert das halt auch entsprechend, diese Stellen zu finden. Man muss sich es halt doch länger angucken. Dann sitze ich schon mal so drei Stunden, drei bis vier Stunden, um so einen Sieben-Stunden-Stream sozusagen zu capturen, das alles rauszupicken und dann halt als Video zu verwerten. So, aber nun zurück zum Schnittprogramm. Das ist jetzt das gecapturede Video, was ich habe. Wir sehen, es geht gute 46 Minuten. Okay, hier vorne ist noch eine kleine Lücke drin. Aber roundabout so 45 Minuten. Nun will ich euch aber nicht diese 45 Minuten unterjubeln. Das Video, also Ziel ist es halt immer, die Videos 15 bis 20 Minuten maximal so lang zu schneiden, dass es halt euch nicht die Zeit stiehlt sozusagen. Das Problem ist allerdings, manchmal müssen sie ein bisschen länger sein, weil sonst zu viel Kontext verloren geht aus dem Raid. Das ist halt jetzt die Schwierigkeit zu entscheiden. Was lasse ich drin? Was nehme ich raus? Wo kommt ihr sozusagen noch mit im Raid, ohne sozusagen den roten Faden durch die Geschichte, möchte ich es mal nennen, zu verlieren? So, das mache ich halt so, dass ich mir das erstmal angucke, was wieder eine Dreiviertelstunde dauert. Dann mache ich nebenbei sozusagen schon den Grobschnitt. Das sehen wir hier an den braunen, braunmarkierten Ausschnitten. Die fliegen dann raus. So, wenn die rausgeflogen sind, gucke ich, wie lang bleibt es, wie viel ist jetzt von dem Stream noch übrig, geht es noch kürzer und dann sind wir sozusagen beim Feinschnitt. So, und beim Feinschnitt sehen wir uns gleich wieder. So, da ist er wieder mit dem Feinschnitt. Ich habe also jetzt den Feinschnitt gemacht. Kurzes Wort noch vorweg. Wir haben durch den Grobschnitt haben wir schon etwas mehr als 16 Minuten gewonnen. Jetzt gucken, was uns da Feinschnitt bringt. Aber vorher will ich euch mal noch so erklären, der Abschnitt könnte jetzt etwas länger dauern, was so meine Gedanken sind sozusagen. So, dann gehen wir her an den Sporen. Die Aufgabe war ja, aus dem Ressort, äh, Quatsch, aus dem Ressort, aus dem Cottage, ein Teil abzuholen für Therapist. So, jetzt haben wir schon gesehen, ich habe jetzt hier einen Cut gemacht, von hier bis zum Cottage, weil bis zum Cottage bin ich gelaufen, habe noch ein bisschen an dem Stash gelootet und da war nicht viel passiert. So, jetzt kommen wir hier ins Cottage rein und holen schnell das Zeugs ab, labern noch ein bisschen ums Zeug, looten noch ein bisschen. Ich beschwere mich kurz, dass ich das Geld für den Schlüssel hier aus dieser Bude nie wieder rausbekommen werde. Aber, weiter geht's. So, dann kommen wir, laufen wir jetzt Richtung Pier und das hatte ich ja angekündigt sozusagen. Also kann ich jetzt hier einen Cut machen und ihr werdet euch nicht wundern, wo es hingeht, weil ich hatte es ja erwähnt, schneiden wir das ja raus. So, und weiter geht's. Ach ja, stimmt. Heute ist wieder den ganzen Tag nur da umdrücken angesagt. Ich würde ja eigentlich gern noch auf Lighthouse die fehlenden Dokumente aus der Pumpstation abholen. Okay, das habe ich jetzt noch mit drin gelassen, weil ich, ja, keine Ahnung. Nee, das können wir eigentlich rausnehmen. Ich wollte hier noch sozusagen halt eben ein bisschen Smalltalk rein und das, was ich noch in dem Stream vorhatte, aber das interessiert ja für das Video jetzt eigentlich auch nicht mehr. Fällt mir ein. Also können wir hier auch noch einen kleinen Cut machen. Und hier, das war auch Cut. So, jetzt sind wir nämlich schon am Pier. Und ich habe nicht gleich drin das gemacht, also dass ich gleich zu dem Punkt springe, sozusagen, wo ich in dem Bürobereich dort rumlaufe und das Teil abhole, sondern wir haben, jetzt sind wir wieder beim Thema Kontext. Es wird nämlich geschossen, wie wir es gleich hören werden. Und erst jetzt schieße ich. So, und jetzt geht das Geballer drüben von der anderen Seite los. Hier hatte ich erst gedacht, hä, ist da hinten schon einer am Lighthouse und schießt? Das kam mir so komisch vor, aber die Schüsse waren halt noch drüben auf der anderen Seite, hier rüber zu den Skefs. So, soweit dazu. Das ist halt auch, denke ich, ein wichtiger Moment, den man festhalten muss, weil ja es alles darauf hindeutet, dass sich Gegner in meine Richtung bewegen werden. So, jetzt gehen wir schnell rein. Holen das Ding, also hier erschieße ich noch einen Scaf, den loote ich dann noch, was ist unwichtig, da war nicht viel passiert, da hat er nichts Wichtiges drin. So, weiter geht's, hoch in die Bude, das Ding abholen, wieder raus. Hier hatte ich kurz überlegt, gehe ich vorne raus? Angesichts der Situation, dass da Spieler oben waren, habe ich mich dafür entschieden, hinten rauszugehen, habe nochmal kurz geguckt, ob Peerboot halt eine Option wäre, sozusagen, habe mich dann dagegen entschieden, weil ich nicht weiß, was für Waffen die haben. Denn die, es waren ja definitiv mehrere Spieler, also zwei mindestens, und wenn die dann, wenn einer davon ein Sniper ist, oder einen Scope drauf hat, könnte es mir eventuell das Genick brechen, auf dem Weg zum Peer. So, jetzt sind wir eigentlich schon im Kern des Videos angekommen, sozusagen. Das wird jetzt hier die längere Aktion, und da gab es auch nicht viel zu schneiden, das hätte zu viel, zu viel Information, sozusagen, hätte ich dann rausschneiden müssen, bis zu dem Punkt, also ich bin sehr gefreut, als ich hier wieder drin bin. Dann habe ich ja noch ein bisschen zum Beispiel das Zeug gelabert, das war unwichtig, das kann auch weg. So, und jetzt kommen halt noch so ein paar Gedankengänge von mir, warum ich das jetzt hier mache, und was ich denke, was draußen noch sein könnte, und so weiter, und so fort. Wurde jetzt hier gut geschnitten, das Video neigt sich auch jetzt schon langsam dem Ende. Also wir sind jetzt in der ausklingenden Phase, sozusagen, wir haben noch eine kleine Spannungsspitze drin, mit dem einen, oder möglicherweise zwei Snipern, die da noch auf mich geschossen hatten. Hier war noch so ein kleines Fitzelchen, was unwichtig war, was jetzt auch nichts dazu beiträgt. Hier auch noch. Und ich sehe schon, es wird irgendwie, ja, mit den 15, 20 Minuten wird es wohl doch nicht so gut hinhauen. Ist manchmal halt so, gerade bei solchen langen Geschichten. Ihr wollt ja dann auch noch sehen, wen habe ich erschossen, wie geht es weiter, was hatten die für Loot, oder so, welches Level waren die. Das kam mir auch in dem Video vor, ich hatte mir halt Gedanken gemacht, wie gut sind die Jungs sozusagen, weil der eine ziemlich tump runtergelaufen kam, ans Pier, den ich da als erstes erschossen hatte, aber dann die Aufteilung der Leute sozusagen auf die Map, einer deckt halt hinten mit einem Scope ab und die zwei anderen pushen rechts und links sozusagen. Also die Frage, wie gut sind die Leute, das hat mich halt dann so ein bisschen beschäftigt und beeinflusst ja dann auch den weiteren Fortschritt im Stream oder im Rate sozusagen. Gehe ich jetzt raus, bleibe ich vielleicht noch ein bisschen drin und so weiter und so weiter. Das sind halt so die Sachen. So, und jetzt sind wir am Ende und ja, das war der Feinschnitt, hat uns nicht wirklich viel gebracht sozusagen. Wir haben jetzt ja, gut, ein bisschen über 20 Minuten haben wir jetzt rausgeschnitten. Der Rest muss leider drin bleiben. Ist leider nicht zu ändern. Ihr müsst euch dann mit 25 Minuten, ja, müssen müsst ihr das ja nicht, wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr auch jederzeit vorher abbrechen. Aber so ist jetzt das Video entstanden und hoffentlich nicht zu viel Kontext rausgeschnitten. Und so seht ihr mal, wie ich sozusagen an die Sache rangehe. das Angucken, Schneiden und so weiter, das dauert auch alles wieder seine Zeit. Im Groben kannst du sagen, mit wirklich den Stream nochmal Capturen als Video sozusagen und dann das Video schneiden. Alles drum und dran kann schon mal so ja, wenn du sieben Stunden Stream Capturst relativ viel mitschneiden musst, du kannst ja auch nichts machen in der Zeit, wenn ich den Stream capture, habe ich ja, das ist, da ist der Rechner belegt sozusagen. Dann kann ich nichts machen. Ich könnte Staub saugen, aber dann gucke ich mir lieber doch meinen Stream an. und ja, das ist sieben Stunden von dem, was habe ich vorhin gesagt, so kann schon so zwischen drei und fünf Stunden dauern, ich dann so alles gecaptured habe. Das mache ich ja auch nicht jedes Mal, für jedes Video. Ich schneide ja mit dem einmal sozusagen die ganzen Szenen raus, die Rates oder die kleinen Zwischensequenzen, die ich brauche. Das mache ich einmal und davon zehre ich ja dann. Also dieses Rausschneiden passiert ja nicht jedes Mal. Also wenn wir jetzt rechnen, okay, für diesen Rate guckt im Stream von wann bis wann geht da, ist was passiert und so weiter. Das waren ein paar Minütchen. Dann aufzeichnen, eine Dreiviertelstunde. Dann jetzt nochmal für den Grobschnitt angucken, nochmal eine Dreiviertelstunde. Da sind wir schon bei anderthalb Stunden, nur ein paar zerquetschten. Dann der Feinschnitt kommt nochmal rein. Dann musst du nochmal gucken, passt das jetzt alles sozusagen in ein Review, bevor es rausgeht. Hinzu kommen jetzt eventuell dann noch Texte, Bilder, Informationen, was für eine Quest und so weiter und so fort. Dann bist du schon bei guten zwei Stunden oder über zwei Stunden. und dann muss das Video gerendert werden. Dauert ungefähr das Rendern, ja, jetzt haben wir 25 Minuten. Das kann heute schon, bis das Video gerendert ist, dauert es locker 25 Minuten bis 30 Minuten das Rendern und dann macht er noch so irgendwelchen anderen Kram noch. Dann passiert nichts. Dann steht der Media Encoder, es ist eigentlich schon fertig am Ende, aber es rödelt halt noch. Und das dauert auch nochmal so bei so langen Videos auch nochmal eine halbe bis dreiviertel Stunde. Dann sind wir schon bei ja, guten drei Stunden. Dann muss ich noch das Samtnähle schneiden, äh, das Samtnähle basteln, das Video hochladen. Bei so einem langen Video dauert das Hochladen auch nochmal 30, 40 Minuten auf YouTube, ähm, dann das alles vorbereiten, die Texte schreiben, ähm, ähm, paar Keywords setzen und so weiter und so fort, ähm, das Samtnähle basteln, den, den Abspann und die Startzeit sozusagen am Veröffentlichungszeitpunkt sagen wir dreieinhalb Stunden bist du beschäftigt mit dem Video. manchmal geht es schneller, sind, bist du halt in zweieinhalb Stunden fertig, aber es ist, äh, immer gut Zeit, die halt ins Land geht und ich muss sagen, das ist ja hier noch ein einfacheres Video. Ja, ich, du müsstest mal gucken, ob ich noch was schwierigeres finde von Skui damals, das war, also das war eine richtige Messlatte, also das war eine Herausforderung. Also ich gucke mal, ob ich es finde, wenn ich, ähm, ja, bis gleich, so, da ist er wieder und ich habe es noch gefunden, ich habe es natürlich noch, wird so schnell ja auch nicht gelöscht, ähm, das ist schon hier ein ganz anderes Kaliber sozusagen, ähm, hier habe ich ordentlich zu tun gehabt, also hier habe ich an dem Video alleine fürs Schneiden, glaube ich, sechs Stunden gesessen, ähm, das ist halt Squee-Stream, den ich benutzen durfte, äh, dann mein Mitschnitt sozusagen, meine Facecam, dann noch Grafiken hier um die Bilder drumherum, Texte mit rein, ähm, der Vorspann noch und so weiter und so fort, ähm, ja, die Ansage noch und so weiter und so fort, hatten wir alles schon, ja, hier gab es dann auch noch reichlich Probleme, dass die, ähm, dass die, dass der Ton und das Video halt nicht synchron waren, das war bei mir manchmal so, das ist manchmal, ähm, so ein Effekt, ich weiß nicht, wie der auftritt, warum das passiert, wenn ich dann hier mal einen Cut mache, dann, ähm, läuft dann das Video und das Audiosignal halt nicht mehr synchron und dann muss ich das wieder anpassen und das musste ich bei mir machen, das musste ich bei Squee machen, äh, das war, das hier war wirklich ein richtiger Brocken sozusagen, also hier hatte ich richtig, richtig zu tun, so, so, gut, ähm, das war jetzt, also das härteste Kaliber, was ich bisher zu bewältigen hatte, jetzt ist es ja relativ einfach, ist im Stream, da ist meine Facecam dabei, die habe ich nicht mehr separat, wenn ich jetzt vielleicht mal offline irgendwas spielen sollte, dann habe ich meine Facecam natürlich separat laufen und baue die dann halt ins Video mit ein und auch mein Audio sozusagen, dass ich das dann halt noch regulieren kann, weil in manchen Spielen das Audio so laut ist und ich kann das dann manchmal schlecht einschätzen, ich sehe zwar den Pegel von dem, vom In-Game-Sound sozusagen im, im OPS-Studio, aber manchmal ist das auch nicht wirklich hundertprozentig aussagekräftig und dann bin ich dann halt, wenn ich es alles in einem Klumpen aufnehmen würde, wäre ich zu leise und das In-Game-Audio zu laut, das hatten wir bei, auf meinem Zweitkanal war das bei, sag doch, Mortal Kombat 11, als ich das gespielt habe, da habe ich es gemerkt, dann war aber auch schon das Kind im Brunke gefallen, der Pegel sah eigentlich ganz gut aus, aber du hattest, die Musik war halt dann stellenweise so laut, dass man mich kaum noch gehört hat sozusagen. Also wenn möglich, würde ich das alles ganz gerne trennen voneinander, um es dann später besser anpassen zu können. So, das war es auch schon. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, hat euch ein bisschen Einblick gebracht in meinen YouTube und ja, YouTube-Arbeitsalltag sozusagen vom Stream bis zum fertigen Video. Lasst mir gerne ein Like, da würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, bleibt gesund und wir sehen uns bis dahin, euer Senslist. Tschüssi.